Du hast für ein Komma mit, Digga. Du hast, hast du den Lack gesoffen? Wenn du weg bist und du bist nicht, dann direkt ach, ne? Digga, es geht mir. Du warst es jetzt im Verarsch. Hey, Leute, zu CrimeX hier und heute gibt es nach langer Zeit endlich mal wieder eine weitere Episode von Fortnite-Mörder, Leute. Ich habe es so oft in den Kommentaren gelesen, ihr wollt immer wieder eine Episode von Mörder haben und heute ist der Mörder in der Schule und heute mit dabei ist der Schmucki. Oh yeah, dann ist da noch, äh, äh, Dicking, bist du das hier? Äh, ja, das bin ich. Hallo. Yeah, Dicking ist noch mit dabei. Und Leute, wir brauchen natürlich auch noch einen guten Marokkaner Kidmaid. Hallo, ich bin krank, aber ich mache trotzdem mit, weil... Ah, yeah, Ehrenbruder-Basis. Yeah, Hashtag PrayForKidmaid. Yeah, okay, komm. Willst du trotzdem stressen? Äh, ne, bitte. Bitte unstecken, kuss links. Ich denke mal, ihr alle solltet mittlerweile wissen, wie Mörder funktioniert an der Stelle, aber hier trotzdem noch mal einen kleinen Erklärungspart, falls ihr es nicht wisst. Der Mörder in Fortnite ist wieder zurück und diesmal hat er sich eine Schule vorgeknüpft. Und damit herzlich willkommen zum Mörder-Modus in Fortnite. Nehmt euch jetzt wieder mal zwei Sekunden Zeit, um dem Video eine Bewertung dazulassen und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Aber kommen wir nun zu den Regeln. Und zwar durch ein Zufallsprinzip wird ausgelost, wer der Mörder ist, denn der, der die grüne neue Waffe in der Hand hält, ist der Mörder für diese Runde. Die Aufgabe des Mörders ist es natürlich, alle Unschuldigen rechtzeitig zu holen und die Unschuldigen müssen natürlich den Schlüssel finden und aus der Schule abhauen. Benutzt jetzt auf jeden Fall noch den Creator-Code iCrymaxOT in eurem Fortnite-Shop und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich denke mal, damit sollten die Regeln klar sein, meine Freunde, und ich würde sagen, alle mal zum Himmel gucken. Drei, zwei, eins, go! Oh, schlüp, 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 schlüp. Kann ich ja nicht sagen, ich weiß nicht mehr genau das ist, aber ich weiß halt welche Dinge das ist. Ja, du siehst ihn ja gleich eh nicht mehr. Ja, eben, meint ich ja. Ja, dank Gott. Also mäßig weiß ich halt schon so welcher Typ das ist, aber nicht wie er heißt. Aber das könnte jetzt ein krasses IQ-Play von Achmed sein. Was selber ist. Oder so. Das wäre jetzt 300 IQ, hättest du das jetzt gesagt, Digga. Hättest du dir das überlegt, Achmed, dann echt mein Respekt, das wäre echt krass. Aber ich glaube jetzt 100 Prozent, dass du den mal hast. Okay, meine Freunde, damit würde ich sagen, jetzt geht es los. Alle mal auf die Map drauf. Und ehrlich gesagt hat sich Kidmaid grad schon ziemlich verdächtig gemacht mit seiner Anschuldigung. Und ich würde sagen, der Mörder hat jetzt, sagen wir, zwei Minuten Zeit, um den Schlüssel zu verstecken, beziehungsweise die Mörderwaffe. Oh shit, ey. Es ist jetzt aber nicht 100 Prozent, Achmed. Es ist nicht nur nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall verdächtig. Sicher ist noch gar nichts, ja. Sehr verdächtig, ruhig. So. Ich suche hier wirklich alles ab, Leute. Am besten wäre natürlich, wenn wir den Mörder jetzt schon auf frischer Tat ertappen würden. Vielleicht suchst du nicht alles ab, vielleicht suchst du einfach einen guten Platz, um die Sachen zu verstecken. Aha. Und was machst du dann gerade? Ich laufe hier einfach rum. Ah, okay. Okay. Vielleicht suchst du ja auch einfach ein gutes Versteck. Das könnte natürlich auch sein. Von Schmocki hört man auch gerade gar nichts. Schmocki ist richtig ruhig. Schmocki ist übertrieben verdächtig, ruhig. Ich bin doch nicht Mörder, hallo? Hallo? Ich doch nicht. Da würde ich doch jetzt viel mehr, viel mehr interagieren, viel mehr wirklich. Ah, Schmocki. Hallo Freunde, kennt mich doch. Hallo? Ja, okay, okay, okay. Du bist so ein schlechter Lügner. Vielleicht du hast die Taktik einfach mal geändert. Lass mal treffen, bitte. Lass mal treffen. Alle treffen. Treffen. Stopp. Er sagt jetzt, wir sollen uns treffen. Ja. Und dann will er uns noch umbringen. Ja. Nein, aber nein, das wird er nicht machen. Ich töd dich dann mit einer Waffe, die einen Schuss hat. Das sind ja alle, wir könnten ihn ja einfach unboxen. D-King ist wieder Null IQ. Außer, außer, ganz kurz Jungs, außer D-King wollte gerade einfach mal sinnlos Schmocki beschuldigen. Freunde, schaut mal, ich bin Schmocki, ja? Der, der sich duckt? Ja. Ja? Hört mal? Ja? Gehört? Nein. Nein. Hä? Was sollen wir hören? Hä? 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 Ey, der ist der Mörder, Digga! Und ich hab Achmed getötet, ey. Ja, ja, ja. Freunde, ohne Witz. Ohne Witz. Ich trau dem nicht. Ey, Digga, hör mal auf. Digga, das war nicht absichtlich. Glaubt ihr mir, oder? Nein, ich glaub dir nicht. Ich wollte euch wirklich nur meinen Scrollen zeigen. Also, du bist grad Schmocki, der da noch steht vor den Toiletten, ja? Oh mein Gott, und es ist Achmed, es ist nicht. Ich bin Schmocki, ja. Achmed, es ist nicht? Was? Digga! Ey! Schmocki, ich hab mich jetzt so verdächtig gemacht. Ey, Digging, Digging. Was meinst du? Boah, Schmocki hat sich krass verdächtig gemacht, ne? Als ob er so dumm ist und sinnlos jemanden einfach, äh, Digga, ich hau hier auf. Max, hör mir zu, ganz kurz. Nein! Ey, der läuft mir hinterher. Digga, ich will dir nicht wehtun. Bleib stehen. Jungs, der Schüsse müsste versteckt sein, oder? Bleib auf das Tanz, okay? Ja, dann, 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 dann versuch mir. Schau mal, Max. Versuch mir jetzt, deinen Unschutz zu beweisen. Ja, okay. Ich sag dir jetzt, Max. Es ist 100% Digging. Hä? Warum 100% Digging? Er ist so verdächtig, als du so gesagt hast, äh, es ist Schmocki, weil ich mich verdächtig gemacht habe. Wer ist bei mir hier oben mit? Ja. Ja, er ist auf jeden Fall sehr verdächtig. So, man hört einfach, dass er lügt. Man hört es in seiner Stimme. Aber, Bruder, ja, aber ganz ehrlich, er hat bis jetzt, er hat aber keine unberechtigte Beschuldigung gemacht. Nee, aber man hat es einfach in seiner Stimme gehört. Warte mal kurz, wer ist das hier oben bei mir? Ja, das sind wir, das sind wir. Ah, ja, okay, alle hier. Ey, 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 bleib weg von mir. Ey, alle weg von mir. Alle weg von mir. Nein, ich... Wer ist oben, wer ist oben, wer ist oben, wer ist oben hier bei mir noch, auf der Treppe? Ich dachte, Schmocki. Ich suche jetzt ein Scheißschlüssel, damit ich hier rauskomme. Okay, also Kid Maeve ist schon tot. Schmocki hat Kid Maeve getötet. Ich hole jetzt den Scheißschlüssel, damit ich hier rauskomme. Man hört es. Er ist 100% der Hörder. Okay, bleib mal stehen, bleib stehen, bleib stehen. Oh, da hinten, Crater, Korre, so tief ist Bescheid. So, wer ist jetzt hier wer? Ich bin, ich glaub, Dekin... Ich bin hier, Schmocki, der ist Stuckt. Der, der ist Stuckt. Dekin? Warte mal, ich bin's Dekin. Ich bin von hinten an Schmocki noch herangerannt. Hä, Digga? Ich lauf hier raus, Schmocki steht an der Tür. Wo soll ich das Fenster laufen? Verpiss dich mal, was für Komma mit, Digga. Komm mal ganz kurz mit, Digga. Hast du lachgesoffen? Du kannst mir vertrauen. Du kannst mir vertrauen, Digga. Verpiss dich von mir, Digga. Ich vertraue grad ehrlich gesagt keinem von euch, ja? Ich vertraue euch auch nicht. Verpiss dich von beide von mir. Der eine bringt jemanden um, der andere versucht gefühlt, jemanden zu bringen. Ja, aber es war ein... Ach, es war ein Unfall. Wirklich. Ich wollte euch zeigen, wie ich scrolle. Boom! Du warst das jetzt nicht zu verarschen. Oh, Shit, Digga. Wer springt die halbe Mapback, Alter? Als ob du das warst. Doch, Digga, Alter. Ich schwöre... Das hab ich niemals gedacht. Ey, das war so einfach, weil Schmocki, du hast dich so verdächtig gemacht. Das war die ganze Zeit mein Alibi, Alter. Oh mein Gott. Ich schwöre. Meine Freunde, die erste Runde als Mörder haben wir einfach direkt schon mal gewonnen. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine zweite Runde. Let's go. Alle mal wieder in den Himmel schauen. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und gooo! Oh Shit, Leute. Digga, tschüss. Alter, direkt alles wird leer gesaugt hier. Ja. Ich saug Max, hab ich gehört. Digga. Oh Shit, meine Freunde. Und damit würde ich sagen, meine Freunde, es geht ab in die zweite Runde. Alle wieder in die Mörderschule rein. Und ich bin echt mal gespannt, weil ich hab einfach bis jetzt noch gar keine Ahnung. Die letzte Runde, wo sich irgendjemand direkt schon verdächtig gemacht hat. Schmocki, who's? Hä? Schmocki, beziehungsweise am Anfang hab ich ehrlich gesagt Kidmaid. Ich auch. Kidmaid hat sich sehr, sehr verdächtig gemacht. Mann, ich dachte, das ist wieder so ein 399-Play von Ahmed. Das wäre nämlich ein krasses Play von ihm gewesen. Auf jeden, auf jeden. Aber ich würde sagen, der Mörder hat auch jetzt wieder zwei Minuten Zeit, den Schlüssel zu verstecken, meine Freunde. Schmocki? Ja? Willst du mir nochmal kurz demonstrieren, wie du scrollst? Nein, danke. Jetzt lass dich lieber, Bruder. Ich möchte dich wieder umbringen. Ah, okay. Aber dieses Mal willst du also nicht scrollen? Kann ein bisschen auffällig sein, wenn du nicht scrollen willst. Ich hab jetzt ein besseres Spiel für die Folge. Ernest du dich noch an Weit oder Pflicht, Ahmed? Ja. Das ist, glaub ich, ganz cool dafür. Ey, wer ist hier auf dem Postenhof? Das bin ich. Okay. Schmocki, fall weg von mir. Digga, ich will nicht scrollen. Keine Sorge. Ja, ja, Digga. Dein Scrollen kenn ich, ey. Warte mal kurz. Wir sind alle hier und Kidmaid ist weg. Oh, okay. Das ist grad wirklich übelst verdächtig. Kidmaid? Echt? Ist verdächtig? Übertrieben, ja. Wirklich? Ja. Ja. Ich kann mich alle sehen. Das macht's irgendwie nicht besser. Nee, Ahmed spielt auch manchmal so, dass er sich einfach versteckt und alle beobachtet. Das macht er auch manchmal. Okay. Das mach ich oft. Ähm, auf jeden Fall, äh, also, Kidmaid, du musst die Waffe auch langsam troppen, ne? Echt? Ja. Okay, schön, dass hier alle grade, äh, vereint sind. Digging ist nicht da. Digging? Also, Jungs, ganz ehrlich, ich werd jetzt mal ein bisschen den Schlüssel suchen, ne? Weil, also, einer von euch... Sag doch einfach, dass ich ihn verstecken würd. Digga, die Zeit ist schon abgelaufen. Ja. Selbst wenn ich ihn verstecken wollen würde, die Zeit ist schon vorbei. Aber die Sache ist, Schmocky hat, äh, uns gut hingehalten. Muss man zugeben. Ja, wieso? Ja, weil du den Schlüssel vielleicht am Anfang versteckt hast und danach direkt so getan hast. Die ganze Zeit, die ganze Zeit in der Phase, wo noch, wo noch, sozusagen, die Schlüsselversteckzeit war, warst du halt die ganze Zeit bei uns. Sehr, sehr krasser Move gewesen. Okay, das ist krasse Anschuldigung. Sehr krasser Move gewesen. War's wahrscheinlich auch. War's auch. Ach, boys. Max, Max, weißt du noch, von wo Schmocky kam? Aus welcher Richtung? Schmocky war doch irgendwie am Ding. Er kam, glaub ich, aus, aus dem Hauptgebäude hier. Aus dem Hauptgebäude. Ich bin mir grad gar nicht so sicher, wo er herkam. Lass uns mal alle die Räume einfach checken. Lass uns mal schauen. Weil ich einen kleinen Verdacht habe, ob Schmocky war. Normalerweise, Schmocky immer gegen mich. Wirklich immer. Warte mal. Warte mal. Wer fehlt? Wer fehlt? Hier sind drei Leute bei mir. Ich bin oben im Computerraum. Lass doch einfach gucken. Ich bin nicht immer gegen dich. Wer rennt hier alleine hoch zu Dicke im Computerraum? Junge. Max, Alter. Nicht jede einzelne, äh, Dingens. Tat ist verdächtig. Digga. Doch schon. Wenn du direkt zu jemandem hinstürmst, der grad sagt, dass er allein ist, finde ich, sorry, aber finde ich schon ein bisschen verdächtig. Ja, aber wenn ich davor gesagt habe, dass wir alle Räume durchsuchen sollen. Okay. Okay. Sehr verdächtig, wa? Schmocky war aber auch am Sportplatz, ne? Also, ich kann es nicht sein, Jungs. Ich war die ganze Runde bei... Ich hab den Schlüssel. Seht ihr? Was? Ich hab den Schlüssel. Oh, Digging hat den Schlüssel. Alter, nice. Oh, das bedeutet Max oder Achmed. Oh, Mann. Hä? Was? Digga, Schmocky? Wie Schmocky direkt auf uns geht, Digga. Ja, natürlich. Und Achmed ist da oben im Fenster. Okay, okay. Und Achmed ist da oben im Fenster. Wow. Hört mir zu. Schmocky und Max. Ihr wart eben beide am Sportplatz. Du hast doch noch Schmocky gefragt, wer hier noch am Sportplatz ist. Hä? Was? Ich schwör, wir haben grad da noch weiter. Seht ihr? Genau wie ich es gesagt habe, Schmocky benutzt es als Ausrede. Digga, Max war zum Sportplatz gegangen und Schmocky war da auch. Aha. Ich hab sogar gefragt, wer ist doch am Sportplatz, Schmocky sogar ich. Aber warte mal ganz kurz, ganz kurz. Aber warum stichelt jetzt Kidmaid hier auf uns so einen auf 2D ausschalten? Achmed ist es. Ja, weil ich es genau am Anfang gecallt habe, bevor Schmocky es gesagt hat. Ich hab gesagt, er wird es als Ausrede benutzen, dass er warte oder Pflicht gespielt hat. Also ich glaub übertrieben grade ist es Achmed. Aber schaut, okay, okay, okay. Überleg die Runde, ja. Ich war die meiste Zeit warte oder Pflicht spielen. Der einzige, der von uns weg war, war Achmed. Achmed war ohne Scheiß die ganze Zeit weg. Der einzige, der von uns weg war. Ist nicht komisch, ist nicht komisch. Nein, ich hab euch gesehen und Deakin hat mich auch gesehen. Schmocky, Schmocky und ich haben Alibi, weil wir hier, genau, warte ich zeig's euch nur kurz. Hier vorne bei dem Baum standen und Wahrheit oder Pflicht gespielt haben. Ja, aber vorher wart ihr beide aber auch am Sportplatz. Das war danach, Digga, als ich gesucht hab. Nein, das war davor, das war davor. Und dann meinte Schmocky auf einmal so, ja Max, komm mal hier hin und lass mal Wahrheit oder Pflicht spielen. Ja, und die Sache ist, ihr seid dann von hier aus, was in der Nähe vom Sportplatz ist. Also in der Nähe vom Schlüssel, seid ihr nach da hinten gemovt. Ja, weil Schmocky gesagt hat, lass mal da hinten hingehen. Digga, ich vertraue in Kidnave, euch beim Vertrauschen nicht. Wie, du vertraust uns nicht Digga, willst du mich verarschen? Digga, ich vertraue euch beiden auch nicht. Aha, vielleicht vertrauen wir beiden euch nicht. Also, für mich kann es nur Achmed sein. Für mich kann es nur Schmocky sein. Ganz ehrlich, guck mal, ich glaube auch, es ist Kidnave, ohne Spaß. Echt? Weil, Digga, Schmocky und ich, hat man unnötige Fragen gestellt. Vielleicht war es auch Ablenkung. Max, ich hab doch die ganze Zeit gesagt, dass Schmocky es als Ausrede benutzen wird. Er hat den Schlüssel in der ersten Sekunde versteckt und ist dann sofort zu dir gegangen, um ein Alibi zu haben. Ist doch klar. Ja, okay, okay, kann ich verstehen, das wäre ein Alibi. Aber vielleicht ist es auch die Wahrheit einfach. Nein, aber wie kann das sein? Guck mal, du gehst zum Sportplatz, du siehst da einen, Schmocky ist da. Dann, Schmocky spielt mit ausgerechnet mit dir Wahrheit und auf dich und extra geht da weiter weg. Das kann nicht stimmen. Du hast ihn direkt gegen den Schlüssel getroffen. Digging wusste, ich kam hinten vom Schwimmbad. Das hat er so gesehen. Ja, kam er auch. Ich hab ihn da gesehen. Scheiße. Ja, es könnte wirklich als Alibi genutzt sein, ja. Ich finde, wir müssen Schmocky opfern. Wer ist Schmocky? Die Sache ist, es ist zwar so krass schlo von Schmocky, es ist ein heftiges EQ-Play, aber nicht mit mir, Digga. Ich bin Schmocky. Wer ist Schmocky? Wer ist hier Schmocky? Ich bin Schmocky und ich sag euch, wenn ihr mich erschießt. Werden wir Glück jetzt fallen. Aber tötet dann direkt Achmed, okay? Okay, kill den. Tötet direkt Achmed. Wenn du weg bist und du bist nicht, dann direkt Achmed. Digga, war es nicht. Digga, es killt mich. Scheiße, man. Nein. Was? Ich war zweimal hintereinander Mörder, Alter. Es war Max? Ja, ich war es. Digga, ich hab richtig Mindgames mit euch gemacht, Alter. Aber warum hat Schmocky dir das perfekte Alibi gegeben? Ich schwör, Schmocky gibt mir die ganze Zeit den perfekten Alibi. Ey, Digga, ich glaub das gerade wirklich nicht, dass du... Es war klar, einer von euch beiden muss es sein, aber Schmocky hatte die Idee mit dem Wald oder Pflicht. Deswegen dachte ich die ganze Zeit, Schmocky wärs. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, das wird's von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe natürlich mal, es hat euch gefallen. Verpullt da auf jeden Fall den Like-Button, wenn ihr mal wieder mehr Mörder sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein Leute, euer Crymax.